guck mal rein über dieses apartment hier reden denn wie die meisten mitbekommen haben haben sich manche youtuber es recht genommen einfach unsere adresse zu liegen für die leute die jemals in ihrem leben schon mal umgezogen sind wissen wie hart ein umzug ist vor allem in ein anderes land und dann finde ich es halt einfach ehrlich gesagt einfach nur asozial dass sich leute die den ganzen tag nichts zu tun haben das recht rauszunehmen zu uns zu sagen hey ihr seid gar nicht ausgewandert ihr lebt nur für zwei wochen hier leute wir haben drei monate bis auf diesen umzug hingearbeitet wir haben beziehungsweise nicht aber ich habe geheult und dann kommt irgendein folge sorry kann ich nicht anders sagen der 30 abonnenten auf youtube hat denkt da ein neues video ich expose jemanden einfach komplett ins lächerliche ziehen so wenn mein vater hat diese videos gesehen und hat gesagt er schämt sich für diese gesellschaft in grund und boden er schämt sich weil er weiß wie es uns ging ich frage mich was ihr fall dass ihr freund scheiß auf andere wirft muss er auch gesehen haben würde ich mal interessieren wie oft wir bei ihm nicht weiter und ihr depps also wirklich ich kann es nicht anders sagen ja es ist mir auch egal ob ich jetzt unsympathisch bin ihr vollidioten nicht alle natürlich so die leute die unsere adresse geliebt haben so die haben nichts besseres zu tun uns das leben schwer zu machen aber was absolut nicht geht ist unser leben gefährden ich kriege drohnachrichten dass mir leute meine adresse die genaue schreiben und sagen ja ich komme nach barcelona ich steche euch ab und sowas leute sowas ist halt auch einfach also keine ahnung wer sowas schreibt das geist geist krank also so leute würde ich auch instant anzeigen also du kannst dich darüber mal lustig machen du kannst auch das so sagen ja das mit dem scheiße werfen und so ist eine ganz dumme aktion aber jo du kannst jemandem schreiben ich komm dann stech dich ab also das ist fucking das ist das ist auch nicht das ist absolut nicht und da bin ich auf ihrer seite aber was ich dann halt zehnmal also ich weiß nicht dann haben die nicht schon zwei oder drei videos dazu gemacht dass sie sich gerechtfertigt haben ich würde das einfach ruhen lassen gras drüber wachsen lassen dann halt weitermachen aber ich habe das problem hat er schon wieder angefangen dass hier zehn minuten in barcelona sind und er hat scheiße auf passanten wirft und dann war halt schon wieder dieses ganze neue bild von von ihrem freund der kaputt ist halt scheiße aber leute die halt schreiben ich bring dich um oder stech dich ab diesen auch hier und die krönung kommt jetzt noch jetzt kommt halt der punkt den elli meinte wegen euch musste unser zweiter hund den wir uns geholt haben als sie raus aus dem haus weil wir haben mit dem vermieter auch wenn da bei dem airbnb eintrag stand dass keine haustiere erlaubt sind wo voll viele das als kriterium gesagt haben dass sie deswegen unsere adresse lieben weil wir einen hund dabei haben seid ihr irgendwie komplett auf den kopf gefallen geht es euch nicht mehr geistig gut so wir haben das mit dem vermieter abgeklärt dass wir einen hund haben dürfen auch wenn es ein designerhaus ist so viele von euch haben den vermieter gesagt ja einfach angerufen wie kann man die nummer raussuchen kommt vermieter nicht mal von der vermittlung einfach den vermieter höchstpersönlich anrufen und belästigen ja belästigen und sagen ja die die machen youtube und die zeigen das ganze haus und die haben sich noch und die haben zwei hunde und dies und das und da ist einfach der punkt kommt wo er so viel also bei aller liebe da verstehe ich auch die beiden also what the fuck guck mal die haben die haben also man kann sagen man kann von den halten was man will das ist meine meinung man kann von beiden halten was man will von den aktionen aber das ding ist ja sie haben ja den hund aus so einem aus einer glasscheibe rausgeholt aus dem ein quadratmeter ding und das war super nice und die kümmern sich auch um ihren hund das sieht man ja auch an taro aber ich verstehe nicht warum du dir wirklich die mühe machst und dann wirklich beim beim vermitteln bei diesem ding anzuholen die schaden ja nicht den also die schaden schon die den beiden aber im grunde genommen schaden jetzt am meisten dem hund ich meine der hund muss jetzt wieder zurück in dieses komische glasding da ich verstehe auch gar nicht das lustig finden können die haben also man kann von beiden halten was man will aber das jetzt der hund deswegen leiden muss ist doch dumm der hund muss jetzt weg der hunde der nichts getan der hund hat ja nichts getan und warum also ich kann ich kann leute nicht verstehen die einfach also es tut mir das zu sagen ihr müsst schon ein versager sein und eurem leben wirklich 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 armselige würstchen sein wenn du wirklich eine nummer raussuchst von dem vermieter dass der hund wegkommt also wie wie wenig selbstachtung hast du vor dir selbst und wie wie viel freizeit hast du denn und was bist du für ein ultimativer versager was sie beide machen ist super oft falsch auf jeden fall aber der hund macht euch nichts der hund hat nichts in dem haus gemacht der hund wurde aus dem tierheim geholt wo es ihm wahrscheinlich schlecht was heißt schlecht gegen also nicht gut die haben den rausgeholt die kümmern sich um taro die haben sich um den gekümmert das sage ich jetzt mal so man sieht taro hat was gelernt taro dem geht es gut das sieht man einfach warum muss man denn jetzt dann da so auf krampf den typ dann terrorisieren dass jetzt der hund ist jetzt weg das ist doch schade weil also das ding ist also was wirklich stimmt ist dass sie das in dem haus kein hund erlaubt ist das ist das ding jetzt ist die frage weil sie hat schon so viel gelogen haben haben sie vielleicht den hund trotzdem wieder abgeben weil sie keine zeit haben und keine lust das glaube ich jetzt aber nicht also wenn sie jetzt das wirklich lügen würden dann wäre wirklich feierabend viele anrufe bekommen hat und ich glaube schon dass sie ihn abgeben mussten morgen ist der zweite und weg belästigt irgendwelche weiber und will das aber auch bei trimex so bei seiner reaction mit seinen relevanten freunden die daneben sitzen und versuchen auf krampf lustig zu sein habe ich hier schüsse gegen rumatra gehört habe ich hier schüsse gegen rumatra gehört er meint dich ich habe nicht einmal mit max ich habe nicht einmal mit max auf dings reagiert ich habe ich habe nicht einmal mit max auf symex reagiert ich habe nichts ich habe ich war nicht bei der reaction dabei ich war bei der reaction nicht dabei rumatra und symex beef kommt yes man alter gibt's wieder gibt's wieder fucking spies wir brauchen leute es muss losgehen der bieb wird ins rollen gebracht alle der ich sehe schon kommen rumatra gegen symex der zweite kampf der muss nach vlesk nochmal in den ring gegen symex alter und symex hat dann code an 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 den dings hat dann code an den boxhandschuhen und schlägt um sich nur bilder leute jetzt es fliegt niemand so aber was ist im sommer wir haben neue sehenswürdigkeit haben das haus für einen langen zeitraum gemietet wir sind nicht nur zwei wochen da drin wir haben so viel lieber bei gott also ich kann also ich weiß es nicht aber keiner fliegt doch extra da rüber um symex zu nerven oder gibt's solche loser vor allem corona zeiten kann ich mir nicht vorstellen dass der leute jetzt extra hinfliegen dann holen wir uns dann holen wir uns etwas anderes was nicht bei airbnb überhaupt drin ist weil das war irgendwo auch unser fehler dass wir nicht ganz kurz nachgeschaut haben ob man das irgendwo finden kann trotzdem muss man nicht die dreistigkeit besitzen ja und es so lieben ich glaube dir glaubt ihr dass da wirklich jemand also ich kann mir nicht vor also du bist du nicht so also du bist so dumm und fliegt extra nach barcelona und sucht das haus von symex oder also wer also ich muss halt sagen wer das macht ist ein fucking loser ja ich weiß dass ich bei ungarn auch gemacht habe aber bei gott was habt ihr denn davon ich habe das noch nie verstanden warum du vor irgendwelchen häusern von leuten kämpfst die man vielleicht ein bisschen kennt oder so also bei aller liebe wer 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 irgendwie nach barcelona fliegt oder so um die beiden zu nerven ist halt auch nicht weil auch nicht alle latten am zaun junge wir haben drei monate darauf hingearbeitet dachte dachten unser leben ist jetzt so so wieder gut weil wir beide an einem tiefpunkt waren und ihr kommt das ist ein piercing hier dann für paar klicks kommen irgendwelche youtuber machen unser leben so kaputt so keine ahnung das ist und versuchen quasi wenn man schon ganz am boden liegt noch mal richtig drauf zu treten und da denke ich mir so einfach nur findet ihr das jetzt mal an die youtuber die jetzt hier drauf auch reagieren ihr seid der grund dafür wieso unsere adresse so publik wurde wieso wir nachts schlecht einschlafen und angst haben müssen dass irgendwelche psychopathen kommen und wirklich uns abstechen findet dieses wirklich gut also wie gesagt noch mal leute also ich ich stehe nicht hinter dem was symex macht oder ich feiere das auch gar nicht so auch dass er sagt er macht die content offensive und fällt dann an leute mit scheiße zu bewerfen in neuen land und so aber das ding ist morddrohungen zu schicken auch eventuell dann dahin zu reißen und leute zu nerven wo sie wohnen andere leute damit mit zu nerven das ist einfach keine keine art ihr könnt ihr könnt ihr von mir also von mir aus im internet beleidigen werde ich auch oft genug darüber kann nicht drüber stehen ihr könnt die sachen disliken ihr könnt eine schlechte kritik dalassen was euch nicht gefällt das trage ich auch jeden tag jeden tag meine insta dms tausend tausend nachrichten von wegen was ich wie schlecht ich bin ich im ball als ich so ein hurensohn bin aber was halt gar nicht geht es halt wirklich morddrohungen oder irgendwo hin zu 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 reisen wo die leute wohnen allein schon irgendwie leuten aufzulauern wo sie wohnen das ist keine ahnung das ist das hat auch nichts mit witzig zu tun man kann man kann memes über jemanden machen über simax wie bei mich werden auch zu viele memes gemacht man kann jemanden verarschen man kann etwas nicht feiern aber das ist das ist was ganz anderes ich weiß viele leute mögen ihn nicht viele leute mögen auch sie nicht aber dann seid auch so reflektiert dass du wenigstens auch das was den schlechtes widerfährt dass du das auch als nicht okay empfindest weil vorhin haben ja auch wieder bei mir welche im chat geschrieben das kann ich auch gar nicht supporten und eigentlich wäre das auch für mich eigentlich auch ein banggrund mods wer da noch mal reinschreibt dass das verdient ist dass sie alle alles schlechte wünschen dass sie sagen das ist okay dass denen das passiert das ist nicht okay es ist absolut nicht okay ich würde euch gerne wissen aber ich würde euch gerne sehen und eure schwester bruder mutter vater cousine whatever heimkommt und sagt ey ich habe eine post bekommen ich habe eine nachricht bekommen ja würde mich abstechen und mich umbringen egal was da drin steht ich will euch gerne sehen wie ihr dann da steht und dann kommt noch ein freund zu euch der sie gar nicht mag oder ihnen sagt ey das finde ich voll okay dass das machen wir näher was das machen wir das ist okay dass das geschieht ihr recht also manchmal also manche müssen auch im tutsch ein bisschen weiter denken da manchmal müsst ihr auch ein bisschen weiter denken weil das ist das ist too much und wie gesagt er hat sich zum teil selber zuzuschreiben was passiert ist zum teil ich sage noch mal zum teil mit diesem scheiße rumwerfen und so aber diese andere sache mit adresse liegen und so das ist einfach nicht okay und diese nachricht geht an die youtuber die das ganze erst publik gemacht haben weil ein keine ahnung ein typ der nur 20 abonnenten hat und unsere adresse rausgefunden hat wie auch immer und ist in seine instagram story packt so das juckt niemanden aber ein try max der so viele abonnenten hat der so eine große reichweite hat der wir wissen mobber der nation egal ob du irgendwas negatives gesagt tramex schüsse einfach dieser fakt dass du unsere privatsphäre gebrochen hast und das geht dann alle andere youtuber als youtuber musst du aufpassen was du sagst so das wissen wir auch aber wenn wir ein stück kacke werfen und das lustig finden dann aber warte 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 dazu wollte ich noch sagen okay das ist auch schon wieder so eine dumme aussage das ist das ist das mit die seltenstem selten stämlichste aussagen aber wenn ein stück kacke werfen und das lustig finden dann aber warte warte dazu wollte ich noch sagen ein stück kacke werfen ist nicht schlimm finden ja also nein das ist auch das ist auch eine sehr sehr dumme aussage das ist eine ganz ganz dumme aussage ich habe nicht mal versucht den fahrradfahrer zu treffen ich habe auf den bus geworfen und daneben war ein fahrradfahrer den ich nicht getroffen habe hätte ich den fahrradfahrer getroffen der wäre höchstpersönlich umgedreht und hätte mir eine faust gezogen und ich bin jetzt nicht irgendwie da ist aber auch fucking egal ob er jetzt den fahrradfahrer trifft oder den bus du wirst einfach nicht mit scheiß in der öffentliche also wo sind wir denn sind wir irgendwelche affen oder so und im endeffekt war es jetzt ein langes video ich hoffe einfach dass diese ganzen menschen dadurch bisschen einsicht zeigen und das ding ist mich würde mich mal interessieren wie viel cymax verdient mit youtube weil er macht ja immer so geisteskrank vieles macht sich ja nicht beliebter mit solchen aussagen dass er so viel geld hat und so aber wie gesagt schlussendlich morddrohungen adresse liegen oder hinzufahren ist nicht cool dass er halt auch so viel shitstorm hat muss man aber auch dahingehend sein dass auch zum teil selber schuld ist hat sich ja mit monte da angelegt mit beef wird mit scheiße rumgeworfen und so naja ich bin gespannt wie die sache weitergeht und ich glaube aber auch nicht dass da leute hinreisen werden wäre mir irgendwie zu krass man wird sehen man weiß ja nie so selbst ungebot auch besucht ich muss kurz pause machen und sagen dass das einfach irgendwie ballert ich weiß nicht ich